Bist du Modellbauer wie ich und es ist auch leid, dass es dein Traummodell nicht als handelsüblichen Baukasten gibt, sondern höchstenfalls als Plansatz? Aber das ist kein Problem, denn in diesem Kanal wollen wir uns damit beschäftigen, anhand des Beispiels der Germania, wie wir von einem Plan zu einem Baukasten kommen, von der ersten Linie bis hin zur CAM-Datei. Drum, wenn dir das Thema gefällt, abonnier meinen Kanal, drück die Glocke und bis die Tage. Drum, wenn dir das Thema gefällt, abonnier meinen Kanal, drück die Glocke und bis die Tage.